Alles läuft so überstürzt und vorschriftsmäßig ab. Ein Beweis, wie sehr der Schein das Sein produziert. Denkst du, man müsste sie bestrafen? Was würdest du tun? Man kann nie wissen. Wenn man mich in einem verdorrten Baum leben lassen würde. Also bin ich im Menschsein gefangen. Scheiße, auch das. Wollen Sie das? Wollen wir das? Der Anfang einer Wirklichkeit. Wollen wir das?